Willkommen zurück hier in der Downtown. Yeah, schönen Augenblick. Und ja, was machen wir denn jetzt? Wir werden mal gucken, was wir hier so machen könnten. Aber du weißt, das fällt mir jetzt nichts ein. Moment. Nee, ja, das kommt als nächstes. Wo finde ich nur so ein Tab-Hotel-Ding? Wo finde ich das nur? Das ist anscheinend irgendwie Buggy. Ich muss mal gucken. Ich werde es mal ausprobieren und einfach nur mal 10 Minuten warten. Aber das werde ich denke mal einfach nicht aufnehmen. Beziehungsweise werde ich dann... Ach, ich werde es dann irgendwann einfach mal versuchen. So, und ja, machen wir das erst mal. Ja, wir sind ja hier rausgegangen. Haben hier vor dem Ding... Ja, genau. Ach, nee, warte, Moment. Ich brauche Blut. Nee, ich habe noch was zu tun. Moment, ich brauche Blut. Moment. Ich brauche Blut. Und Blut bekomme ich am besten von... Ja, klar, meiner Ghoulin. Das ist wirklich eine gute Idee. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, jetzt fahren sie erst mal los. Ah, hier muss ich hin. Aber egal. Ich wege jetzt erst mal fix zu der Ghoulin und hoffe, dass ich die aussaugen kann ohne großartige Probleme. Weil ich brauche Zeug jetzt ziemlich dringend. Ich habe keinen Bock, dieses Gemiska-Artefakt zu benutzen. Weil ich das eventuell irgendwann mal wieder brauchen könnte. Und normalerweise weiß ich nicht, wie viel da überhaupt drauf ist. Ja, null Punkte, war ja klar. Was sind da? Das Gegenstand liegt unterhalb ihrer Fähigkeiten. Wie geil ist das denn? Okay, was kann man noch? Recherche von neun. Moment. Wir haben zwei Punkte, wo es Recherche. Recherche ist hier. Intelligenz braucht zwölf. Akademisches Wissen ist ja schon hoch genug. Ah, falsche Seite mal wieder. Ich könnte ruhig mal auf der anderen Seite halten. Das wäre toll. Gibt es da ohne Grund zwei solche Straßen? Ui, 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 ui. Mal gucken, ob die dann jetzt relativ ruhig wieder ist oder ob die dann wieder so eine Szene macht. Ich könnte natürlich auch hier in die, äh, Dings gehen. Oh, Moment mal. Okay. Von Anfang reicht es erstmal. Äh, dummerweise hat der überhaupt ganz wenig Blut gehabt. Ich hätte den sofort killen können. Der ist ja ausgelutscht wie nicht. Da müssen wir ein bisschen, was ist denn, Eisen oder Blut aufbauen. Keine Ahnung, Spinat? Nee. Keine Ahnung, was Blut aufbauen ist gerade, aber... Je... Dummerweise gefällt mir ihr, äh... Die Gesichtsform von der gefällt mir nicht so sehr. Das sieht zwar alles wunderbar aus, aber ich glaube, die sollte mal wieder, äh, ein anderes... Ähm... Okay. Ja, anderes Outfit. Und zwar... Ne, probieren wir mal als Erste. Und, äh, haben wir denn... Haben wir denn Blut da? Ne. Geh Blut einkaufen. Mein Gott. Okay. Gut, ich werde es bis zur Hälfte austrinken. Und dann schauen wir mal. Und jetzt... Moment. Ähm... Das Ding kann ich verkaufen. Da kann ich dann mal runtergehen. Ja, das werde ich auch machen. Das Ding auch. Das Ding... Ja, 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 genau. Okay, gut. Also, Moment. I. Ja, Recherche von... Wieso brauchen wir nur Recherche von 9 für diese ganzen Dinger? Was ist denn hier los? Ich hätte das wirklich Intelligenz relativ früh schon, äh, ausbauen, hätten sollen, müssten, könnten. Aber wozu ist Intelligenz sonst noch gut? Nur zu Sinnes, äh, Dings da, ne? Ja. Ach, zum Einschüchtern. Wow. Aber ich schüchter nicht gern ein. Man kann doch auch, ähm, gut überreden mit Intelligenz. Man muss doch nicht zwingend Leute jedes Mal einschüchtern. Das ist ja belastend. Okay, ähm... Dann gehen wir mal hier rein. Ich wurde gerade angeschrieben. Äh... Ähm... Nein? Nein! Äh... Ach man, ich hasse es, wenn man das falsche Wort in Sentry einschreibt. Äh... Äh... Was ist denn jetzt los? Oh, komm! Ich, ich steck fest. Ich bin in das System festgeklitscht. Scheiße. Okay, Moment. Spiel laden. Mann, das ist auch so richtig jetzt passiert. Äh... 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 Gut... Also... Machen wir das Ganze nochmal. Das wird was machen. Nicht nebenbei hier irgendwas aufs Handy tippen, weil das kann dumm ausgehen. Gut, äh... Gut, äh... Und... Ah, das sind seine Sachen und das sind meine Sachen. Das Shinkunto wollte ich nur so zum Spaß behalten. Genovidien Rest. Das ist meine schöne Sammlung. Ja, die behalte ich auch mal. Vielleicht brauche ich die noch. Die kann ich dumm... Mehrweise nicht verkaufen. Was echt schade ist, aber ist egal. Äh, was ist das? Die Vakuumröhren, die sind bestimmt noch für irgendeinen Quest ganz nützlich. Das kann ich irgendwo ablegen. Das Blut brauche ich noch irgendwann. Das Ding kann auf alle Fälle weg. Genauso wie die Morphiumfläschchen. Genauso wie diese Uhr. So, das Ding hilft mir. Das Ding... Das ist unterhalb meiner Fähigkeiten. Das kann ich verkaufen. Äh... Sonst doch irgendwelche Dinger. Nein. Weil der Rest sind bloß... Irgendwas sind... Was macht denn das eigentlich? Bla 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 bla... Sie sind... Es ist jetzt wenn wir nicht davon jebt. Durch den Zahn nimmt die Risiko... Ach, okay, gut. Rasserei zu verfallen. Na, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht noch so reifer fallen. Wir wollen ja alles mögliche umnieten hier. Nein, aber es scheint nicht zu aussehen. Okay, ihre Finger flinker macht. Ihr Wert für Sicherheit erhöht sich. Ah, um eins. Statt eins in Buchstaben wäre es schön, wenn man die Sachen in Zahlen eingibt, weil das wird ja ein wie mich jetzt sehr, sehr... Moment! Alter! Okay, die holen wir uns, weil die sieht sowas von geil aus. Mein Gott, Max. Wir werden ja immer brutaler hier. Also, Mehrkampfanforderung 8 und hier ist 10. Schadenspotenzial 24, 28. Okay, Tüttlichkeit 12, Tüttlichkeit 13, Begabungsausgleich minus 6, Begabungsausgleich 3, Grundschaden 3, Grundschaden 4, kaufen. Alter! Einfach nur geil. Und vor allem, was es hier sonst noch so gibt, die an schönen Sachen. Krasser Shit. Spiel verlassen. Äh, nicht Spiel verlassen. Shop verlassen. Gut, ich hoffe, ich kann jetzt besser überreden. Da gehe ich jetzt mal runter in die Blutbank und hole mir Blut. Ich hoffe, das klappt. Noch ein Stück. Na komm. 3, 2, 1. Los! Yes. Ich könnte natürlich auch die einfach... Das Problem ist... Hey, Baby. Für die brauchen wir dummerweise... Na, verführen. Aber ich finde, verführen ist ein bisschen... Ich mag überreden mehr. Das ist wenigstens logisch. Und da... Es funktioniert eigentlich relativ oft. Wenn man mal von den Fällen ausgeht, in denen es nicht funktioniert. Oder wenn man die Fälle nicht beachtet, in denen es nicht funktioniert. So, warum muss man das eher sehen. Okay. Okay. Äh. Hier. Also 5. Hm. Na komm. Blut nicht auf Trennen. Yeah. Äh. Wie kann ich es wieder gut machen? Jetzt, dass du diesen Fällen gehen lässt... Ich muss raus. Sei doch froh, gell? Und so weiter. Das ist interessant. Eine gewisse Möglichkeit. Die Schäden machen Menschen kackig. Sie verstehen niemals, was eine gewählte Hand mit einem Knopf zu tun kann. Alles, was du musst tun, ist, dass du den Finger auskontakt hast. Oder ihre Gesichter. Du möchtest sprechen, nicht wahr? Ich möchte eine Geschichte hören. Sag mir, was ist der beste Weg, dass du jemanden verhindernst? Ich möchte alle grisleige Details hören. If I like your story... Yeah. Okay. Äh. Oh. Okay. Verkauf mir Blut. Right. A transaction. Grief. Äh. Ja. Ich möchte gerne etwas einziehen. So. Äh. Ein einziger Punkt. Ich hätte natürlich auch noch irgendwie was anderes machen können. Okay. Äh. Ist ja teuer. Also ich brauche erstmal bloß die normale. Ah. Kann ich mir ja... So. Das ist ja schön, dass der unendlich von diesen Dingern hat. Super. Jetzt geht es mir ziemlich gut. Moment mal. Ähm. Ach ne. Ich. 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 Es ist schön sowas zu haben. Aber ich nehme das Blut dann doch bei Gelegenheit lieber von, äh. Naja. Leute. Die leben. Kostet das wenigstens nicht so viel. Das ist für unterwegs. Falls man mal wieder in den Kampf geraten. Moment. Hier vorne ist der. Ah. Muss ich hier. Okay. Ich brauche irgendjemanden, der irgendwo ganz alleine steht. Und der mich irgendwie nicht bemerkt. Okay. Ich. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal. Ich habe hier vorher gespeichert. Dann wird es hoffentlich jetzt funktionieren. Okay. Geh weiter. Geh weiter in die dunkle Gase. Los. Geh weiter. Ich hoffe, das klappt. Und. Okay. Niemand hat was gemerkt. Es ist alles noch relativ gut verlaufen. Also, ähm. Gehen wir zur Leopold-Gesellschaft. Und gucken mal, was da so schön ist. Passiert. Stimmt ja. Das war so ein Kloster am Strang. Haben mich hier auch erzählt. Oh. Anscheinend nach dem Laden ist diese Anzeige-Bucky. Und die blubbert dann nicht mehr. Oder es geht halt nur hoch, wenn man, äh. Was trinkt. Aber das. Weiß ich nicht. Welche Richtung muss ich jetzt überhaupt? Und in welche Richtung muss ich? Ich laufe erst mal hier lang. Vielen Dank.